Hi! Servus! Wir sind ja wieder... ...und so. Und warum stehen wir in diesem Bildschirm? Markus Ersleas. Hi! Ja! Warte mal an der Tür. Andere Tür, glaub ich. Äh, halt und so. C war das. Ja, ich mach voll den Schild dran. Ah ne, es war nicht die andere Tür, okay. Ich hab ganz vergessen, wie man die aufmacht. Ich glaube, Alex, das ist der Fall schon verhefternd. Denn das ist der Startpunkt vom letzten Mal. Das war ab letztem Speichenplatz. Okay. Hier ist auch die Bench. Lass mal schauen. Oh, guck mal. Ja, nicht jetzt. Das Monster ist hinter uns. Ach so, jo. Ja, ich renn weg. Mach ich das wie du letztes Mal. Nee. Äh, ne, andere Richtung. Hier ging's weiter zur Story rein. Und anscheinend wurde das hier gespeichert, als wir dann von der... Äh, wie war das? Was war das? N? M? B. Das Ziel ist auf jeden Fall hier. Okay. Okay. Also hat's doch nicht gespeichert, das Drecksspiel. Achja, die Bahn. Kann ich. Das hier haben wir aber effektiv schon gemacht. Am Anfang der letzten Aufnahme. Sicher. Absolut sicher. Absolut sicher. Ne. Okay. Die roten Schlüsse Papier? Oder rennt das hier meinen jetzt neuerdings? Puh. Keine Ahnung. Von mir kommen sie glaube ich nicht. Bäh. In der Fall bringt ja nichts. Ja doch. Dann hat er keine Arme mehr. Bäh. Weiter. Ja, halte mal ein bisschen was hier vom Zug weg. Einsteigen bitte? Ja. Bring es. Autsch. Komm rein. Ach schade. Wir wollen zur... Nein. Oh. 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 Wir können zur Mittelstation. Okay. Ich hasse diese Dinger. Ich möchte aber zur Achternstation. Okay. Ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Stimmt. Das haben wir schon gemacht. Ja. Sag dich ja. Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant. Ey, sorry. Es ist wieder zu leise. Was soll denn der Scheiß, ey? Kein Bock das jetzt jedes Mal neu zu machen. Müssen wir ja nicht. Ich nehme alles lag daran, dass wir letztes Mal nur eine Nebenmission gemacht haben. Eben mit diesem Kontroll... Kontrollton. Weil das keine Hauptstationmission war, wo das nicht gespeichert hat. Achternstation. Da geht's weiter. Let's-Place ist ziemlich komisch, wenn's um Speichern geht. Das ist wohl wahr. Gut. Dann wollen wir uns auch mal dieses... Nächster Halt. Konstruktionen und Reparaturen. ...Shuttlechen ansehen. So, ist das... Achja, genau. Hab ich den wieder? Ich hab den wieder. Mhm. So aufgebaut wie in die letzte... Ja, fast. Aha. Hier oben sind Ressourcen in diesem komischen... ...Kontroll... ...Türmchenraum. Ja. Sehr gut. Ah, ich hab ne Torx-Stange sehr gut. Hast du? Ich dachte, ich hätte die. Na gut. Ja, ich hab auch eine letztes Mal gebaut. Wie, drehen, drehen, drehen. Und natürlich nehmen wir die Torx-Stange. Nicht mehr mit. So. Oh, da war jetzt wenig drin. Es war Wolfram drin, es war Altmetall drin. Das heißt, die Torx-Stange hat sich eh schon rentiert. Oh, hallo, Bot. Gut. Dann dürfte es ja hier weitergehen. Oh, ich. Hallo. So ein Kerl wieder. Äh, seh. Einfach weitergehen. In den Luftzug. Huch. Huch. Vorsicht, der Schiss-Deck gerade ein. Oh, so ist es doch. Wollen wir nochmal da hochschauen? Der Aufzug steht. Offenbar. Ich habe die Crozier gefunden. Und sie ist, naja, ein Haufen Schrock. Die Kabine bekomme ich keinesfalls Druck fest. Dann müssen wir die Kiste remote zurück zur Reparaturbucht der Roanoke fliegen. Okay. Ich versuche mal ein Remote-Relais zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Warte mal dahinten ist noch Ressourcen. Wenn er was ist? Ressourcen. Ressourcen. Ah ja. Nebenbei Stimmbänder benutzen, ne? Nicht nur durch die Zähne zu Hause halten. Wäre ja schon praktisch. Ne. Ah, doch. Oder wollen wir erst runter? Ne, lass uns hier gehen. Ich nehme einfach das hier, wo noch immer das führt. Hä? Hä? Jaaaaaaaaaaa. Stase. Stasehilfe, ah ja. Gut, wenn man dir geschenkt bekommt, kann man es auch direkt einbauen. Und gleich eine Bank. Geben. Praktisch. Ah, okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt anscheinend das Zeug zusammenbauen für's Shuttle. Hm. Sehen die hier irgendwo? Dö. Was sagt denn die Questlog? Das war cool. Ja. Richtig seltsame Steuerung. Okay, muss man also finden. Das Zeug. Hm. Was machst du da eigentlich noch? Kann ja nicht so lange dauern, das Ding aufzusetzen. Oder? Na, ich hab's auch nicht aufgesetzt. Ich guck einfach nochmal durch, was es alles gibt. Ja, Zeitmanagement 1+. Hm. So, nehmen wir einen Aufzug. Ich denke, wir nehmen einen Aufzug. Blink. Mein Blink hier. Hi. Drei. Noch drei. Haben wir schon alle drei? Wir haben erst eins gefunden, oder? Ich habe auch noch eins gefunden. Ich habe gerade irgendwie dieses Video nochmal aufblitzen sehen. War mir echt nicht ganz sicher, ob das noch meins war oder schon zweites du gefunden hättest. Ich habe keins gesehen. Okay. Da. Ja, irgendwie. Ich bin so schön wieder. Und ich bin so schön. Viel lebt ja immer noch. So. Weg. Ja gut, dann würde es wahrscheinlich von der anderen Seite sein. Auf die Reise, aber das ist viel. Ich bin so gehofft. Hallo. Ja, das ist ein Portal. Gut zu wissen, Band. Hey, da kam mal was. Ha, cool. Hä, was? Ich habe den Shuttle aufgemacht. Okay. Da würde ich jetzt von oben reinschauen. Ist gut. Warte mal kurz auf mich. Danke. Ja. Oh, Spide. Ja. Ja, danke. Das hat es jetzt gebraucht. Ja. Ach, ich habe einen Revolver drin. Moment mal. Moment, so, jetzt. Hä, was ist das denn? Ist das ein Pilz? Ne, ich weiß gar nichts. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann unser komisches Luma-Ruts-Teil da dran pappen. Das kann gut sein. Und dann fahren wir mal runter. Oh, tatsächlich. Fernsteuerung einsetzen. Oh ja. Ach, da fehlt uns das Teil, okay. Ja, aber wo ist das? Ja, das wird Funball aus den drei Teilen. Schon klar, aber das dritte Teil fehlt uns ja noch. Das haben wir eben bei Trillen-Suchen nicht gefunden, ist das hier. Ah, genau, hier ist auch mal das auf den drei Teilen. Ja, danke. Ich dachte, du wärst zu verbraucht. Sorry. Ja, Kommunikation. Jetzt muss man erst mal von der Leitung in der Auszeit. Ja, kein Ding. Ja, hier ist noch ein Teil. Oh ja. Ja, alle Teile. Ja, erstmal wieder für Bench zurück. Und gleich bezahlen. Ich habe Mezzeln für Loot. Aber das ist ja so. Bringt man auch in das Spiel. Natürlich. Ich habe vielleicht ein Spielkastraschierung eigentlich. Ist das normal oder zu schwer? Normal. Du hast dich ja geweigert auf schwer. Habe ich? Ja. Du wolltest easy. Weißt du das nicht mehr. Das ist easy, aber geweihrig. Aber das war ja klar. Aber schwer ist denn jetzt neu. Ah, spontanen Anfälle. Na ja. Okay. Okay. Guten Tag. Bist du eine Einfahrung? Du bist eine Einfahrung. In der Einfahrung. Und da ist ja noch. Ich kann das nicht mehr. Oh nein. Deckplacken vor der Trecke. Das ist möglich. herstellen der bot ist übrigens wieder da der was der bahn bei mir nicht jetzt ist er da da leidet jemand kommst du? das ist Momentum, dann kommt es bei schon hab ich ja so, was war denn an der Bank, hä? nee lügt nach für das Spiel noch so anlügt Mensch, na ich glaub hier ist gleich das nächste Depot größeres unten unten ist Vieh sonst kurz du bleibst hier oben ha? ja, mein Radar zeigt, dass hier in der Ecke wieder irgendwo was sein muss nicht, dann würde ich unten ja, wieder durch geht aber noch nicht ja, setz ihn schon mal hier vorher ab schalte ich's, wenn der ein paar Extra-Touren läuft Jetzt wer geht Mohammed eh D Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche, es zu starten. Ähm, ich glaube, wir sollten hier weg, wenn es denn startet. Moment, auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Natürlich. Ah, da hinten, oder? Hier ist die Tür da unten. Hier ist Garten jetzt auch noch aufgegangen. Da. Und so. Äh, ja. Da, ich bin hier. Ja. Manche weiß, dass ich die Tür wäre. Ist das nicht toll? So, ich habe halt kein Radar mehr. Ist hier in dem Raum irgendwas? Kann ich ja mal oben sagen. Ja. Ja, ich bin hier. In der Ecke, okay. Ja, auf dem Rückweg. So, äh, da geht's runter. Der Platz ist schön. Ist viel. Nächster. Ne, wahrscheinlich meine geschossen zu sein, die da irgendwann droht, dass wir mal abfeuern. Kann gut sein, ja. Sehr nett, sehr nett. Jetzt nicht leise. Ja. Achso, jetzt sind wir wieder hier auf der Seite. Okay. So, nix Neues. Kommen wir wieder hoch. Müssen wir oben doch irgendwas machen. Hm. Ja, da war irgendwann noch ein Lastenaufzug. Upp. Halt. Stopp. Alp-Metal ist wichtig. Last. ... Toll. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020